moin moin freunde hier ist wieder woogie am start ja heute mal mit einem kleinen freshen anderen video auf jeden fall ich wollte mich mal entschuldigen bei der community auf jeden fall für dem was nachdem was gewesen ist im livestream dass ich da nicht geantwortet habe das war von mir keine absicht, es war auch nicht beabsichtigt allgemein nur youtube hat allgemein mein chat nicht angezeigt das heißt bei mir auf meinen ganzen displays hat es nicht angezeigt wer geschrieben hat ich habe nur die ersten zwei drei kommentare gesehen oder die ersten zwei sachen die geschrieben worden sind danach habe ich dann nichts mehr gesehen und ja nachdem mein kumpel geschrieben hat ah du was war los warum hast du nicht geantwortet ja ganz einfach weil ich nichts gesehen habe ich habe nichts gesehen was geschrieben worden ist also bitte leute nimmt es mir nicht übel wenn keine antwort von mir kam das war nicht beabsichtigt nur mal so als kleine randinformationsupdate so dass es mir leicht tut auf jeden fall und nicht vergessen heute werde ich auf jeden fall einen schönen freshen live stream raus ballern wenn ihr es noch nicht wisst auf twitch bin ich auch aktiv sprachfehler dünnpfiff am frühen morgen jetzt gibt es mir gleich ein käffchen am start und dann geht der tag auch los wenn ein paar videos geschnitten und nicht vergessen seid bei mir bei twitch am start seht ihr auch mal ein paar streams wird heute auf jeden fall laufen was genau das ist lasst euch überraschen und in dem Sinne würde ich sagen ich bin raus für heute ciao mit v euer wugi wie man ihn kennt auf ganz entspannte basis ciao mit v